Es ist einfach echt... Aber du, ich kann... ... Katzen für euch, mal ein Beispiel... Ja, wenn du mal ein Pupschen verpasst. Ha, ha, ha! Tom! Ja? Den linken Daumen. Ja? Du hast doch viel zu knapp am Schlitten. Ja, genau. So? Ja, ich mach so. Und... Das hilft da beim Zittern. Aber... Sieht da wenigstens. Das waren jetzt... Ich war ein paar Minuten. Ja. Sieht das? Ja. Sieht das? Ja. Sieht das wenigstens. Ja. Jawohl.